Hallo, ich bin Anna und studiere an der Technischen Hochschule in Deggendorf Wirtschaftsingenieurwesen. Bereits als Schülerin habe ich aber in verschiedene Vorlesungen und auch das Studentenleben reinschnuppern können. Und zwar als Frühstudentin. Das ist ganz einfach, man meldet sich da an der Hochschule an und sucht sich dann eine Wunschvorlesung aus. Das ist zum Beispiel Bionik, Astrophysik, Astronomie oder auch Grundlageninformatik. Mir persönlich hat das den Einstieg in mein Studium sehr erleichtert. Mehr Infos gibt es auf der Website oder per E-Mail und vielleicht bist ja du dann auch bald am Campus.